Präsident Joe Biden und Präsident Volodymyr Zelensky unterzeichneten am Donnerstag ein bilaterales Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern, was einen bedeutenden Meilenstein in der Unterstützung der USA für die Ukraine in ihrem Krieg gegen Russland darstellt. Die beiden Präsidenten unterzeichneten das Abkommen am Ende des ersten Tages des G7-Gipfels, der in Italien stattfindet, und sprachen während einer Pressekonferenz über ihre Zusammenarbeit. Das Abkommen zwischen den USA und der Ukraine soll auch als Brücke für die NATO-Mitgliedschaft der Ukraine dienen, wobei die Mitglieder der Allianz ebenfalls ihre bilateralen Abkommen mit Kiew verfolgen. Präsident Biden stellte das Abkommen vor und betonte, dass es keine amerikanischen Truppen vor Ort einbezieht, und fügte hinzu, dass die USA verpflichtet sind, die militärische und wirtschaftliche Hilfe für das vom Krieg verwüstete Land fortzusetzen. Nicht durch den Einsatz amerikanischer Truppen, die in der Ukraine kämpfen, sondern durch die Bereitstellung von Waffen und Munition, den erweiterten Austausch von Geheimdienstinformationen, die fortgesetzte Ausbildung mutiger ukrainischer Truppen auf Stützpunkten in Europa und den Vereinigten Staaten. Die Erhöhung der Interoperabilität zwischen unseren Streitkräften in Übereinstimmung mit den NATO-Standards und Investitionen in die Verteidigungsindustrie der Ukraine, sagte Biden. Zelenskay beschrieb die Unterzeichnung des bilateralen Abkommens als einen historischen Tag und sagte, dass das Sicherheitsabkommen ein Abkommen zum Schutz von Menschenleben sei. Dies ist ein Abkommen über Schritte zur Gewährleistung eines dauerhaften Friedens und daher im Interesse aller Menschen auf der Welt, da der russische Krieg in der Ukraine eine globale Bedrohung darstellt, sagte Zelenskay.